Hallo meine YouTube-Freunde, Marco Marivello hier. Ich habe für euch ein neues Produkt. Hier steht eine Trasssäule aus meinem Bestand und da habe ich neue Bodenplatten für mir besorgt. Und die haben richtig Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Denn sie sind aus Stahl, nicht mehr aus Holz, wie ich sie früher hatte. Und da habe ich ein Foto gepostet und direkt kam so Knallauffall, Tag, 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 kamen Anfragen. Wie dick ist die Platte? Wie groß? Wie schwer? Und taucht das überhaupt was? Da gehe ich heute ins Detail und will euch hier unten zeigen, wie die Bodenplatte aussieht. Übrigens, die Platte habe ich aus dem Shop von Bodenplatte24.net. Schaut da mal rein, da gibt es verschiedene Modelle in rund, in eckig, in groß, in klein. Die machen eigentlich alles so, wie ihr es braucht für euren Job. Also, jetzt gehen wir eine Etage tiefer. Es geht los. Hier haben wir sie auch schon im Bilde, die Stahlplatte im Format 80x80 cm. Die Platte ist bei mir mit F33 ausgestattet. Das Ganze ist kinderleicht zu transportieren, denn ihr habt Ausschnitte links und rechts oder vorne, hinten, je nachdem, wie sie hinstellt. Und könnt dort dann die Platte ganz bequem einfach wegtragen. Ganz nah dran an der Platte. Ich habe die Kamera mal auf den Boden gestellt und hier seht ihr, wie flach die Platte ist. Die Stärke ist 5-6 mm. Das ist purer Stahl, richtig schwer. Ich tippe so 30 Kilo ungefähr wird diese Platte wiegen. Und ihr habt unten drunter, das sieht man hier vielleicht auf dem Video ganz gut, Gummifüße, damit der Boden halt auch unbeschadet bleibt, wenn ihr in Locations seid, die Holzböden haben oder so. Da macht es nichts, wenn mal kleine Steinchen oder Dreck auf dem Boden ist. Die Platte steht sauber auf den Gummifüßen und alles ist safe. Hier hinten auf der Platte, ihr seht es da, sind verschiedene Lochmuster vorbereitet. Das bedeutet, ihr könnt nicht nur, wie in diesem Fall hier, F33 Traverse da drauf schnallen, sondern könnt auch F34 drauf machen und ihr könnt sogar die Position verändern der Platte, sodass die Traverse rechtsbündig hier angeschlagen ist auf der Bodenplatte. Wenn ihr zum Beispiel einen Fernseher da dran machen wollt an die Trasssäule, der an der Wand steht, da habt ihr hinten zur Wand sowieso keine Kippgefahr und nach vorne hin ist das dann alles durch die Mittelpunktverlagerung zum Rand hin sauber gelöst, sodass da auch verschiedene Aufstellmöglichkeiten für euch vorhanden sind mit dieser Bodenplatte. Hier von unten nochmal ein Blick da drunter. Ihr seht Gummifüße sind ganz normal da dran geschraubt. In der Mitte noch eine praktische Griffmulde zum Transportieren der Platte. Die habt ihr von oben gerade vielleicht noch nicht entdeckt. Die Verarbeitung der Platte ist wirklich hervorragend. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mich für die Stahlplatten mit Pulverbeschichtung entschieden in schwarz hier. Das Material ist wirklich sauber, die Ausschnitte sind sauber, die Löcher sind alle entgratet, wie sich das eigentlich für eine professionelle Platte gehört. Aber checkt es doch mal selber aus. Wenn euch das Video gefallen hat, die Jungs von Bodenplatte24.net sind richtig, richtig nett und helfen euch weiter, auch wenn ihr Sonderlösungen haben wollt. Ihr habt immer ein offenes Ohr und das Ganze ist sogar noch richtig preiswert. Denn schaut einfach mal, was die Originalplatte von Global Trust kostet im Laden, in den gängigen Stores. Online könnt ihr das ja schnell herausfinden. Und dann guckt ihr euch mal die Preise bei den Jungs hier an von Bodenplatte24.net und dann seht ihr, dass es gar nicht so teuer ist und selber machen lohnt sich da fast schon gar nicht mehr für den ganzen Aufwand. Hier kriegt ihr ein ordentliches Produkt, richtig gut gemacht mit einer Top-Qualität und das alles zum fairen Preis. Ich bin auf jeden Fall begeistert davon und habe jetzt zwei Platten, werde nach und nach umrüsten für die nächste Saison auf diese Stahlplatten und dann bin ich da auch ganz gut aufgestellt und fühle mich wohl mit den Platten hier, die ich im Einsatz habe. Mein Fazit zur Bodenplatte hier, einwandfreies Material, professionelles Niveau, allemal vorhanden und wenn man sich hier mal dagegen lehnt, ich drücke mal, also ich kann das nicht hier irgendwie kippeln. Da ist schon richtig massive Stahlplatte hier, richtig Gewicht drauf und was will man denn mehr? Man hat da glaube ich ein gutes Produkt an der Hand und für meine Zwecke reicht das allemal aus. Ich mache eh nur kleine Veranstaltungen, Hochzeiten oder mal eine kleine dörfliche Disco-Party und wenn ich die da aufstelle, ist es für mich genau das richtige Material. Also Daumen hoch, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet im nächsten Video. Ciao, ciao, bye, bye, euer Marco Maribel.